A, B, C, D, E, F, G, Dorn bin ich, du bist so schön. Nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Hallo und herzlich willkommen Leute zu nem neuen Horrorgame-Heldie mal wieder. Ja, Continuous ist heute am Start und ich hab mir gedacht, komm, das Game machen wir jetzt. Ich hab nicht ganz genau gewusst, was, das ist bei Horrorgames immer so ein bisschen, ein bisschen strange, ja. Ich weiß nicht genau, was sollst du machen oder was sollst du mal probieren und so weiter. Es gibt so, so viele, es gibt so viele schlechte und so viele gute. Und mal gucken, ich weiß absolut nicht, was mich hier irgendwie erwartet. Das ist vor allem immer das Beste, ja. Nie wissen, was ein Horrorspiel hier bringt, das ist immer das Beste. So, es ist ein bisschen leise. Kann ich das nicht lauter machen? Oh, da kommt mir das nur so leise vor. Gut, wir sind in einer Wohnung, wie es aussieht. Ich denke, das ist meine Wohnung und oh, das ist ein schönes Gemälde, das sieht aus wie hingeschissen und hingekotzt. Aber gut, für Gemälde, die aussehen wie hingeschissen und hingekotzt, gibt es ja auch eine Menge Geld. So, hier kann man durchgehen und dann geht das Licht einfach mal kurz aus. Ja, das ist bestimmt nur eine kleine kurze Störung gewesen. Absolut keine Geister oder so. Kann das gerade sein, dass ich hier irgendwie, das ist doch hier wie Silent Hill oder was? Dass ich da jetzt durchgehe und dann der Raum sich wiederholt? Könnte es sein? Ich weiß es nicht. So, schauen wir hier mal rein. Hallo. Oh, hier ist das Bad. Wunderschön. Die Spiegel funktionieren natürlich nicht, weil ich so hässlich bin mit der Missgeburt, ja. Beziehungsweise wir sind beim Dominik daheim. Der hat keine Spiegel zu Hause, weil er würde sicher jeden Tag sehen. Und das wäre natürlich nicht so toll beim Dominik, ne. Der würde ja jeden Tag einen Herzinfarkt sterben, wenn er sie selber sehen müsste. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, gut. Wir sind also beim Dominik daheim. Das ist schon mal... Ich glaube, der Dominik ist wieder am Wichsen oder so. Dominik, bist du wieder am Wichsen und hast es zufällig auf den Tisch gehauen mit deiner Hand, oder was? Das macht der Dominik immer. So, hier sind Kisten. Ganz viele Kisten. Hier sind wahrscheinlich die ganzen Sexpuppen von ihm drin, weil er macht sie immer leicht kaputt. Gut, was ist denn das für... Warum ist da ein Porträt von so einem Sicherungskasten? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder warum man sowas hier als Bild hat, ne. Hat denn jetzt eigentlich hier geklopft? Was soll denn das? Kann ich hier nicht rein? Ne, hier kann man nicht rein. Das ist auch ein nettes Gemälde. Gut, also irgendjemand hat irgendwie an die Tür geklopft, aber an welche Tür ist die Frage? So, hier... Ah, jetzt geht die auf einmal auf. Ah, was geht das Licht wieder aus? Das kennen wir schon. Oh, da heult jemand. Hat die Sau schon wieder jemanden vergewaltigt, oder was? Hallo. Tür geht auf. Oh, da ist eine Kamera. Hier ist ein Kinderzimmer, oder was? Hey. Wir können die mit der Kamera flashen. Das ist nochmal super. Ja, was ich das bringe, weiß ich nicht. I don't know. Warum sind jetzt eigentlich hier die ganzen... Was bringt sie das? Warum sind... Ich check das gerade nicht. Die Fenster sind verbarrikadiert. Why? Hat da jemand Angst vor dem Tageslicht? Hallo? Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Hier passiert irgendwas. Hier passiert irgendwas. Die Tür ist auf einmal zu. Es ist stockfinster. Ich habe nur noch die Kamera. Okay, okay, okay. Schon gut. Wo ist die Scheiß-Tür? Wo ist die Scheiß-Tür, Mann? Dominik, mach nicht solche Spiegel mit mir. Ja, die hätten nie eine WG machen sollen mit Dominik. Wirklich nicht. Schau, was der für Scheiße hier macht. Kann ich jetzt hier irgendwas machen, oder muss ich aber nur warten? Dominik! Deine Scheiß-Tür geht nicht auf! Hat er sich wieder dagegen gestimmt. Ich gehe jetzt scheißen hier. So, jetzt hast du das. Da. Hier kann man doch nichts machen. Die Tür geht auch nicht auf. Jetzt mal auf, du Kack-Tür. Oh, jetzt ist sie plötzlich eingestürzt, die Tür. Das ist schon ein bisschen so scary. Da, 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 da. A, B, C, D, E, F, G. Dominik, du bist so schön. Muss ja auch mal letzter zum Dominik. Kann ich hier wieder raus, verdammte Scheiße. Nö. Ja, wohin jetzt? Ah, da, rechts durch, gell? Hallo, ist hier jemand? Nö. Jetzt ist es wieder, das hat doch voll den Silent Hill Petite-Touch hier. Tudu, 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 tudu. Gut, dass hier kein Kind da ist. Tudu, tudu, tudu. Ja, super. Sonst passiert hier nicht so viel. Sonst passiert hier nicht viel. Kann ich hier auf jeden Fall nicht raus. Uh-oh. Uh-oh. Remix! Oder? Es kommt ein Remix, oder? Also, das hat hier voll den Silent Hill Petite-Touch, muss ich schon sagen. Ist schon jemand? Nö. Ah! Ah! Das ist ja doch voll den Petite-Abklatsch. Oh! Oh! Oh, 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 oh! What the fuck is going scheiß nochmal on hier? Was ist hier los? Das ist doch, das ist doch normal hier. What the fuck? Jetzt will ich das Ding komplett durch, oder was? Lass mich raus hier, lass mich raus hier. Ja, ja, schon gut, ich will jetzt weg hier. Okay, die Tür geht auf. Irgendwie bringt sich das aber nichts. Heißige Scheiße, okay, das machst du... Oh, jetzt ist es hier anders. Das ist voll Petite! Was zum Teufel war denn das jetzt? Warte, Dominic hat einen Orgasmus gehabt. Da liegt doch was, oder? Oh! Oh! Der macht Partyart! Ha! Oh! Okay. Ah! Das ist echt wie Petite, man. Hallo? Auf dieses Behind-O falle ich nicht auf rein. Warte mal, da ist doch irgendwas, oder? Ne, na, auf dieses Behind-You, da kannst du mich am Arsch lecken, du Behind-You. Du kannst gleich Behind-Me und meine Eier lecken, du Schwein von hinten. Da falle ich nicht drauf rein. Oh, 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 Partyart, Partyart, wo? Oh, 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 was ist denn jetzt schon wieder los? Also mit dem Kinderzimmer stimmt hier irgendwas absolut nicht, muss ich sagen. Heilige... Oh, jetzt kommt schon wieder der scheiß Sound. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ...dapeschnamarsch. Das ist ein Scheißspiel. Das war ja voll ein Scheiß.